Auf der ganzen Welt stehen viele schöne Windenergieanlagen. Die erzeugen aus Wind sauberen Strom und das finden wir super. Damit eine Windenergieanlage möglichst viel Strom produziert, muss sie ordentlich gepflegt werden. Von außen sieht das ganz einfach aus. Drei Flügel, ein Turm und ein Fundament. Aber drin steckt ganz viel Technik. Und für die Technik, dafür sind wir zuständig, die deutsche Windtechnik. Eine Windenergieanlage läuft in einem Jahr bis zu 8000 Stunden und soll mindestens 20 Jahre halten. Zum Vergleich, ein Auto läuft in seinem ganzen Leben nur 4.000 bis 5000 Stunden. So eine Windenergieanlage muss also 40 mal länger halten als ein Auto. Aber das geht nur mit guter Pflege. Und dafür sind wir die Spezialisten. Das ist der Bernd. Eigentlich ist Bernd Dachdecker. Aber seit 8 Jahren kümmert er sich um Fundamente und Türme. Damit kennt sich Bernd prima aus. Das Fundament einer Windenergieanlage ist ganz schön groß. Beim Fundament muss man immer mal schauen, ob durch Frost keine Risse entstanden sind. Sind da Risse, macht die Bernd zu. Auf dem Fundament ist der Turm festgeschraubt, den Bernd regelmäßig kontrollieren muß. Außen und innen. Wenn Bernd Rost findet, meist findet er keinen, aber wenn, dann macht Bernd den Rost weg und Farbe drauf. Das sind Christian und Andreas vom Serviceteam. Viele, viele solcher Serviceteams arbeiten bei der deutschen Windtechnik. Sie sind zuständig für das, was auf dem Turm sitzt. Das Maschinenhaus. Das Maschinenhaus ist auf einem Drehkranz befestigt. So kann es sich immer dorthin drehen, wo gerade der Wind herkommt. Im Maschinenhaus sind viele, viele Lager, Schrauben und Zahnräder. Das blaue da ist der Generator und davor sitzt das Getriebe, an dem gerade Christian und Andreas arbeiten. Sie wechseln das Öl und stellen alles richtig ein. Dann läuft die Anlage länger und leichter. Christian und Andreas kennen jedes Detail im Maschinenhaus. Sie wissen genau, wann etwas richtig kaputt ist und Sie es auswechseln muß. Ist ein kleines Teil kaputt, dann erledigen Sie das sofort. Ist es ein großes Teil, dann brauchen Sie einen großen Kram. Damit die Ersatzteile möglichst schnell eingebaut werden können, haben wir große Lager mit allen wichtigen Ersatzteilen vorrätig. Bei der deutschen Windtechnik arbeiten viele Leute den ganzen Tag nur an Rotorblättern. Die werden am Maschinenhaus angebracht und sind meistens aus GFK, das heißt Glasfaser Kunststoff, so wie bei Bootsjachten. Das ist einer von ihnen, der Thomas. Thomas ist, so wie die meisten Fachleute für Rotorblätter eigentlich Tischler und hat viele Boote von ihnen ausgebaut. Das, was er da gelernt hat, kann er jetzt prima bei den Rotorblättern gebrauchen. Ein Satz solcher Rotorblätter kostet übrigens viele hunderttausend Euro. Fast jeder große Schaden daran fängt meist klein an. Wenn Thomas die Rotorblätter alle ein bis zwei Jahre prüft und die kleinen Löcher und Risse ausbessert, dann macht er alles richtig. Sonst kann es schnell passieren, dass die Windenergieanlage nur noch zwei Blätter hat. Dann läuft sie nicht mehr. Und nun ist auch klar, wie man guten Service macht. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man alles regelmäßig prüft, ausreichend neue Teile hat und die dann auch schnell einbauen kann. Unsere Anlagen sind im Durchschnitt zu 98 Prozent verfügbar. Das ist so wie ein Auto, das in zehn Jahren an nur dreieinhalb Tagen kaputt ist. Diese Pflege kostet unseren Kunden zwar Geld, dann ist diese Verfügbarkeit aber auch garantiert. Aber nur für Windenergieanlagen, nicht für Autos. Genau dafür arbeiten Bernd, Christian, Andreas, Thomas und noch viel mehr Leute, wie zum Beispiel die viele Frauen und Männer, die Tag und Nacht am Computer schauen, ob die Windenergieanlagen auch optimal laufen. So, jetzt habt ihr viele Menschen kennengelernt. Und nun wisst ihr, was wir tun. Deutsche Windtechnik, was kann ich für Sie tun? Ja, dann machen wir uns gleich auf den Weg.